Nun erstellen wir gemeinsam einen Hilfslinienraster, was uns dabei hilft, die Hose und die technische Zeichnung zu erstellen. Als aller erstes vergrößern wir unsere Proportionsfigur. Sie können dies über den Shortcut Z tun oder Sie gehen hier auf das Zoom-Werkzeug, sodass wir gut arbeiten können. Und wieder mit V zum Auswahlwerkzeug. Hier ist das Wichtigste das Linien-Segiment-Werkzeug mit Umschalt und Doppelpunkt als Shortcut. Die Kontur ist ein Punkt, finde ich zu hoch, setze ich auf 0,5 runter. Auch die Farbe sollte eine sein, die hervorsticht. Ich wähle ein Rot hier. Kontur. So. Als allererstes erstellen wir unsere horizontalen Linien, also einmal die Bunthöhe. Wie hoch soll die Hose abschließen? Hier haben wir die Taillenlinie und ich setze sie so ein klein wenig weiter nach unten. Mit gedrückter Umschalttaste, sehen Sie, bleibt die Linie horizontal. Na, wo ist die Linie? Ah, wie Sie sehen, hat die Linie gar keine Farbe. Wir müssen sie erst wieder anwählen. Das geht hier sehr gut, weil die anderen Ebenen gesperrt sind, also kann man nichts anderes weiter anwählen, gehen hier unten auf die Farbe auswählen. Entweder hier rüber oder über die unten ausgewählte Farbe. Und da haben wir unsere Linie. Diese können wir jetzt mit Anwählen gedrückter Alt-Taste auf die Schritthöhe kopieren. Wenn Sie gleichzeitig noch die Umschalttaste drücken, wird die Linie auch gerade runtergesetzt. So, jetzt haben wir da die Schritthöhe. Jetzt kommt die Kniehöhe. Und zum Schluss auch, wo sich der Knöchel befindet. Ich würde sagen, hier. Das sind unsere horizontalen Linien. Bunthöhe, Schritthöhe, Kniehöhe und die Knöchelhöhe. Vertikal ist es wichtig, die vordere Mitte zu kennzeichnen. Das ist genau diese Linie. Auch hier mit gedrückter Umschalttaste können Sie eine ganz gerade Linie runterzeichnen. Shortcut V kommen Sie direkt zum Direktauswahlwerkzeug. So. Und zum Schluss noch die zwei Seitenlinien. Auch hier können wir wieder diese Linie anwählen. Mit gedrückter Alt-Taste an die Seiten kopieren. Und jetzt kommt mein Lieblings-Shortcut. Apfel ist ganz wichtig. Auch diese Ebene unseres Hilflinien-Rasters können wir als erstes über Shift-G gruppieren, sodass wir alle zusammen in einer Gruppe haben. Das sehen Sie auch hier. Aus diesen vielen kleinen Ebenen und Linien ist eine Gruppe entstanden. Und die benennen wir auch direkt um in Hilflinien-Raster.